Hallo, ich habe mir jetzt vorgenommen, da jetzt das Datum für den richtigen Release der 1.8 feststeht, also am Montag, also den 12. werde ich da einen Livestream machen, wo wir mal alles entdecken werden von Minecraft der 1.8. Und ich habe mir gedacht, wenn jetzt doch irgendwas passiert, dass es doch nicht released wird, aber es sollte ja am 12. kommen, dann werden wir einfach das Pre-Release zocken, wer das Video noch nicht gesehen hat, ist eins drunter. Ja, dann machen wir das halt so, aber ich denke mal, es sollte ja am 12. rauskommen und dann machen wir das so, und zwar um 18 Uhr auf der Own3D-Seite, den Link verlinke ich, und da könnt ihr dann am Montag um 18 Uhr mit dabei sein, wie lange wir das jetzt machen, weiß ich nicht, eine Stunde, vielleicht zwei, mal sehen, wie lange ich drauf Bock habe. Ja, wie gesagt, Link ist in der Beschreibung, ab 18 Uhr, und ihr könnt da auch mitchatten, indem ihr euch da unten irgendwo, ihr seht das schon, und ja, dann zocken wir eine Runde Minecraft, die 1.8, und ja, ach ja, ist das schön, okay, vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns dann, denke ich mal, live Montag, und ja, haut rein!